hallo da sind wir wieder ja mehr side quests mit einer nahaufnahme wir ja aufnahmen okay weiter geht das ist richtig wir spielen hier übrigens tot wer es noch nicht weiß nach 50 parts mehr als 50 part mal ich war mir immer noch nicht sicher heute morgen ja anscheinend damit sogar kisten ein dachte eigentlich wir stehen woanders aber anscheinend stehen wir nicht wo wir wollen ja zu holen wollen wir besuchen ja ach hier sind wir ich habe keine ahnung wir sind übrigens nicht da nicht da nicht da nicht da von da kommen wir so viel weiß ich glaube ich noch gut ich weiß mich gar nicht mehr ich bin ja amnetisch veranlagt amnesie irgendwas würde jetzt noch brauchen für den endboss natürlich die sind voll hilfreich alter die treppen dort sind auch sehr sinnvoll naja so war das halt mal das ist halt voll wasser gelaufen das willst du denn dann müssen die meinen klären nachrufen ist auch wieder heile machen super mario also gibt es auch nichts weiteres niemals so ganz einfach durch zum blauen punkt hin ja der blaue punkt ist da das stimmt nicht das ist falsch das hätte ich mal besser machen können ja naja wie war denn dein wochenende so hoch zum reden auch ganz nett ich habe kekse gebacken cool hast du welche mitgebracht nein weil ich habe sie leider liegen lassen schade bei meiner freundin wir haben extra aufgeteilt ganz gerecht 60 prozent für mich 40 für sie 30 für sie ich habe zehn prozent gegessen nein dann aufgeteilt und ich habe die dose bei ihr stehen lassen das war sehr schlau eigentlich nicht sie hat mich noch daran erinnert eine minute bevor ich bei der küche war und dann im flur als ich gegangen bin hat sie mir gesagt nimm die kekse mit und was mache ich ich lasse die dose stehen ja was mache ich springe schon wieder runter ja ich muss reden ich kann mir leider nicht helfen du kommst doch nicht hoch weil da so ein ach man bestellt dass ich ein bisschen an oder ich versuche nicht da kommst du zum links drehen links drehen da rechts drehen sind da da rechts vielleicht muss man da vielleicht hin gucken wir mal da kommst du so nicht hoch von unten muss irgendwie mit den hangman ding an da wie heißen die pinökels ja pinökels ist der richtige namen ich hasse das ding wollen wir einen anderen machen und wir gucken irgendwann mal nach wie der geht weil ich vergesse jedes mal wie das geht hier oder wir spielen das hier vor das können wir auch machen dann stehen wir einfach voran holt wollen wir das machen das für die zeit sparen ja gut dann schwulen wir vor ich bin so ich weiß das spiel kurz war die aufnahme beenden und dann könnte man nach das gleich ja das ist richtig dumm einfach nur dumm aber was soll's es gibt übrigens ein gnomad gnome ja den kann man ja ruhig holen eigentlich das hier war übrigens die tür die verschlossen war der letzte schlüssel öffnen und dann durch und kam hier der pirscher ja glaube schon und dann muss man hier lang in der unten durch tauchen man die einfachsten lösungen oder auch doch ja wir sind echt extrem blind ich will ja nicht sagen ich habe sie gesagt aber ich habe es dir gesagt ja nachdem wir komplett lösung geguckt haben ja so jetzt kommt der leichteste boss ever kein boss ist nicht wirklich ein boss als nichts der gespräch ist sieht aus wie ein braun küss mich der hat holz klauen die müssen eigentlich kaputt gehen was der macht nicht mal schaden so ronhold hammer ja das ist nicht schlechte waffe für uns ach was blödsinn ist voll gut für uns sollst du nur noch gleich den gnomad genommen und dann sind wir auch weg hier ja endlich wer fehlt denn dann noch irgendwer und gucken danach was war das denn das war die rolle auf der stelle wo es leuchtet grün und unheil verkünden da müssen wir hin juhu unheil wie im simsons film als homer die das kacke silo in den see wirft ach stimmt ja der toten kopf der da auf der wasseroberfläche plötzlich ist irgendwie spackt die kamera ein bisschen ja ein bisschen auch noch dann schwimmen über die treppen hoch wir schwimmen die treppen hoch finde ich gut ne finde ich gut dann gehen wir noch mal rein ja das ist richtig sind wir auch weg hier genommen ja ich weiß nicht wo der ist ich habe den portaldings teleportal dings ja ich habe da nicht so drauf geachtet ich habe erst er dann weiter gelesen aber ich hätte auch genauer diesen egal blablabla der körper kletter und wo es ist der größte das sind und ich weiß was auch immer ich kaufe ich mir dp2 und es war ja auch richtig dann wenn es aber nicht jetzt bleiben wir wollen klicken wenn das mit spiel haben nur das ist ja nicht gleich let's play irgendwann mal irgendwann mal ja aber im Moment habe ich irgendwie ein bisschen schnauze voll von von den gärten ja jetzt das ist ein heckmeck hier könnten jetzt in die vergangenheit reisen um ronald noch mal zu töten das wäre ziemlich bescheuert das was so müssen die planen ja ich würde sagen schrubb dich haben wir am becken im außen irgendwo nur mal ob das so stimmt werden wir gleich sehen schon habe ich mich nur wieder verließe nach der werbung werbung gut ob er will nicht ist er wirklich im wasser stand im becken im ossen schade dass wir da aus dem da war was was soll das mit fähren mannsmünze auch ganz nett bestimmt unter einem wasserfall irgendwo immer so ein bisschen arschig versteckt aber irgendwie anscheinend zu arschig für mich man sieht sehr viel gerade das geht nicht weiter kannst du auch lassen wer denkt sich das ist voll einfach hier müsst du da und da hin und dann habt ihr da oben ist er da der wasserfall da oben am wasser hoch da ich bin gut ne ja oder die raue deswegen sollte ich raus porte dich raus verdammt noch apporte dich endlich raus ja 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 also erstmal gucken was machen wir als nächstes und heute haben wir schmiede schmiede hammer haben abgesessen könig töten ja endlich mal aus den spielern aus also erst mal die quest hier abgeben würde ich sagen ach ja müssen wir woanders sind ja dann glaube ich immer so drei stein eine seite meines items 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 und noch ein items warum gehst du raus du musst auf die karte verdammt noch mal verdammte axt tu wofür du bezahlt wirst ich werde nicht bezahlt genau deswegen ich habe doch nichts zu trinken hier ist egal schüttel ich dir im glas ich wollte es nur sagen wie du meinst so er zertrümmert immer noch holzteile du hast den wächter des schicks und gewissen bekämpft du könntest noch zum krieger werden genau wir haben dich übrigens schon besiegt ja bei dir wird euch nicht mehr belästigen dann hat eine ära des blutes und der klauen ein ende aber du musst noch mehr beweisen dass du diese prüfung überlebt hast ist ein zeichen deiner macht und dafür dass deine wunden tiefer liegen als in deinem fleisch ronhold ist dahin geschieden dann haben wir einen unserer größten verbündeten verloren und wen wirst du als nächstes töten ach redner wird dir keine sorgen ich wünschte nur ich wäre dort gewesen um sie leiden zu sehen nur wenige können die finsternis durchqueren und unversehrt wieder daraus hervorkommen ja keine muss mehr na gut das haben wir Geld und Erfahrung oder was ja eigentlich schon super richtig viel Erfahrung guck mal ja um ganzes ganze 5 bis 10 Prozent bekommen na gut dann ähm auch zum Lübom und wenn wir den könig fertig haben können wir bitte den endkampf machen ach na gut danke ich muss ja auch noch betteln das gibt es gar nicht ach da will man 100 Prozent drum machen und dann sowas wollten wir ja nicht darum geht es ja wollten das ja nie machen und deswegen ne ja also soweit ihr das in Erinnerung habt ist der abgesetzte König recht einfach ist er auch der kann ab und zu einfrieren glaube ich ja aber das war es auch schon der ist da wo auch die zweite kammer ist wir können in die zweite kammer übrigens gehen gleich mal wir haben den Schlüssel so so da 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 genau die zweite kammer war doch hier nein war sie nicht na das ist die Goldene Arena ja war die nicht da in diesem Wendelturm nein war sie nicht Wendelturm obwohl ja könnte doch sein ist egal vielleicht danach dann ja naja down 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 to the bottom of the sea ich meine ich war hier aber vielleicht auch dass ich ja auch eine riesen gewendelt habe die untrohen scheinen sowas ja zu mögen 5.000 Stufen gehen zu müssen ja nach ganz unten gucken ich habe ja keine Muskeln und sehen die schmerzen können so viel spüren die glaube ich nicht ja laufen hier nur auf Magie oder so einen scheiß tatsache ist die Kammer ah 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 die ganzen coolen Leute ja das Buch hat noch mehr sein verdammt wir müssen den Schlüssel erstmal holen ach scheiße das finde ich blöd warum hat Vulcum kein Virus Land Trading nur so ein scheiß dann kriegt man den nicht automatisch das ist voll doof das hätte Vulcum keinen Sinn aber jetzt weiß jeder wo der wo die Kammer ist ja als ob das immer nicht als ob man das nicht vorher wusste ich glaube wir müssen sogar noch einen höher aber du kannst mal gucken gehen aus ich weiß es nicht verdammt du bist tot ha 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 er ist tot Jim ach da gibt es keine äh fast Explosionen wenn du runterfällst ne ist ja nur ein Holzbalken du bist nur ein Holzbalken total roll 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 Das war eine Fährmanns-Münze. Ja. Das ist ja kein richtiges Geld. Aber das ist eine Münze und Münzen sind Geld. Verdammt. Das bringt nichts, wie du gerade gesehen hast. Hätte die Kamera kooperiert, wäre das nicht so schön. Okay. Das ist egal. Richtig. Fupp, fupp. Fupp, fupp.